Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dann geht es gleich weiter nach dem Intro. Solarpaket 1 ist ja mit deutlicher Verspätung ja nun endlich in Kraft getreten. Viele haben sich ja schon darauf gefreut oder auch gewartet. Dazu gehöre ich auch. Und am 5.6. will EcoFlow ihren Powerstream ein Upgrade verpassen, sodass man dann von 600 Watt auf 800 Watt kommt. Und ja, ich freue mich schon drauf. Vielleicht gibt es sogar noch ein paar Futures mehr. Und ja, dann würde ich auch sagen, dann soll es ja auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.